Welche Faktoren im Büro bestimmen die Leistungsfähigkeit der menschlichen Arbeit? Was sind die Faktoren, die dazu beitragen, maßgeblich beeinflussen, ob ein Mensch gute Arbeit leistet oder weniger gute Arbeit leistet? Viel leistet, weniger viel leistet, wenig leistet. Also Qualität und Quantität der Arbeit eines Mitarbeiters, das ist hier gemeint mit Leistungsfähigkeit. Nun, Leistungsfähigkeit der menschlichen Arbeit hängt natürlich einmal ab von einer ganzen Reihe von persönlichen Faktoren. Also die persönlichen Faktoren spielen hier eine Rolle. Ja, also alles, was mit dem Menschen, der dort arbeitet, zu tun hat. Zum Beispiel, ob er frei ist von Geldsorgen, ob er eine glückliche Beziehung hat, ob mit seinen Kindern alles in Ordnung ist, ob die Familie harmonisch zusammenlebt und, 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 und. Ja, ob er gesund ist, das sind alles persönliche Faktoren und daneben gibt es sachliche Leistungsfaktoren. Sachliche Faktoren. Man kann ja auch Leistungsfaktoren sagen, ja, sachliche Faktoren. Und darauf zielt, so verstehe ich es zumindest, diese Frage eher, ja, welche Faktoren im Büro. Natürlich ist es auch der Mensch, der im Büro sitzt, das wären die persönlichen Faktoren. Aber hier sehe ich den Schwerpunkt in der Antwort eher bei den sachlichen Leistungsfaktoren. Und das ist dann zum Beispiel die Raumgröße. Dann das Raumklima. Die Beleuchtung. Die Farbgebung. Der Lärm oder die Lärmeinwirkung. Und die Arbeitsplatzanordnung. Und vielleicht kann man das hier zusammenfassen und sagen, es ist die Frage, ob der Mensch sich als Person in seinem Umfeld privat wohlfühlt. Familie, Finanzen, Gesundheit, alles was dazu gehört. Und ob er sich im Büro wohlfühlt. Und das Wohlfühlen hängt natürlich mit diesen Faktoren hier zusammen. Wie groß ist der Raum, in dem er arbeitet? Wie ist die Beleuchtung? Ja, wenn jemand in einem kleinen dunklen Kellerloch ohne natürliches Licht, ohne Sonnenlicht sitzt, dann wird der wahrscheinlich nicht besonders leistungsfähig und auch nicht leistungsbereit sein. Ja, Raumklima. Ist es zu kalt? Ist es zu warm? Hier könnte man weiter in Details gehen. Wie wird das Raumklima hergestellt und gesichert? Gibt es da eine Klimaanlage? Nervt auch wieder ziemlich viele Menschen. Fühlen sich mit Klimaanlage überhaupt nicht wohl. Ja, und, 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 und. Und man könnte hier im Prinzip noch einen weiteren dritten Bereich aufmachen. Welche Faktoren bestimmen im Büro, bestimmen die Leistungsfähigkeit der menschlichen Arbeit? Wenn wir jetzt mit Büro wirklich den Raum meinen, ja, dann ist, glaube ich, diese Antwort hier eine ganz gute. Wenn wir mit Büro allgemeiner den Arbeitsplatz, die Arbeitatmosphäre generell meinen, dann könnte man hier durchaus noch aufführen, zum Beispiel der Vorgesetzte. Ja, das wäre dann ein persönlicher Faktor am Arbeitsplatz. Der Vorgesetzte, der Führungsstil des Vorgesetzten, auch das bestimmt die Leistungsfähigkeit des Menschen. Dann könnte man weitergehen und sagen, Bezahlung. Ja, aber ich vermute mal, auch wenn ich so ein bisschen hier auf die Antwort schaue, die hier vorgegeben ist in der Lösung, vermute ich mal, dass diese Antwort sich tatsächlich auf den Büroarbeitsplatz, also tatsächlich faktisch auf den Schreibtischstuhl und den Schreibtisch davor bezieht und dann eben die Faktoren drumherum wie Raumgröße, Klimabeleuchtung, Farbgestaltung und so weiter. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Ferndergang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.